Das Spinnangeln auf Wels macht sehr, sehr viel Spaß und ist sehr, sehr erfolgreich. Es wird immer beliebter in Deutschland und mir macht es auch extrem viel Spaß. Es ist eine schnelle, gute Angelei, die man mal nach Fire Up machen kann, die man immer zwischendurch betreiben kann. Und wir von Fox, Fox Rage Cat, haben auch natürlich eine Spinnrute im Programm und diese Spinnrute ist 2,60 Meter lang, hat ein Wurfgewicht von 120 bis 200 Gramm, hat eine schöne Parabolik in der Aktion, hat eine sehr, sehr weiche Spitze, dass der Wels den Köder einatmen kann. Ist ausgestattet mit hochwertigen Merkmalen wie einem High Carbon Kohlefaser Blank, ganz, ganz leicht, wirklich leichtes Gerät, kann ich wirklich den ganzen Tag werfen und habe keine Rückenschmerzen. Ein mattes Finish am Blank, schön matt, schwarz gehalten, elegant, edel, eine SICK-Beringung mit überlappendem Spitzenring. Auch hier wieder im Moosgummi die Einkerbung, dass ich das sauber greifen kann. Ist so ein bisschen ein Merkmal. Ein Futschi-Schraubrollenhalter von feinster Qualität, eine schöne abgerundete Endkappe. Ja, das macht sie zu einer schönen Spinnrute in einem super Preissegment. Viel Spaß damit!